Chef on Air. Heute habe ich gleich zwei im Gepäck, nämlich die Firma Aranto. Und wir haben zwei Geschäftsführer. Wer bist du? Und meine Wenigkeit ist der Seid Ben Ahrer. Und jetzt musst du nochmal sagen, du warst ein bisschen zu weit weg von Meco. Wer bist du? Ich bin der Michael Hannes. Genau. Ihr seid beide Geschäftsführer von welcher Firma? Von der Aranto Consulting, Germany GmbH. Aranto Consulting, Michael, was ist das genau? Wir machen Personalvermittlung, einmal die klassische Festvermittlung und dann natürlich noch das Interimsmanagement, was momentan immer mehr gefragt wird. Und was Interimsmanagement momentan bedeutet und wie das alles vonstatten geht und alles mehr zu Aranto, das gibt es gleich. Nach den nächsten beiden Musiken, ich bin übrigens auch dabei, Raul Helmer hier. Gude. Chef on Air heute mit einer Consulting-Firma, einer jungen Consulting-Firma Aranto. Und die beiden Geschäftsführer sind da seit, du hast dich gerade selber schon vorgestellt. Jetzt müssen wir euch als Firma erstmal vorstellen. Aranto Consulting, da habt ihr eben schon so gesagt, Interimsmanagement. Beschreibt nochmal ganz kurz, was heißt das alles, was ihr betreibt? Richtig. Also Interimsmanagement, sprich, wenn die Firmen jetzt Bedarf haben, interimistische Lösungen praktisch für, also wir sind nur tätig im IT und im Finance-Segment. Das bedeutet, wenn ein Unternehmen einen Engpass hat, gerade für ihn zu spitzen und die benötigen eine externe Ressource, die die dabei unterstützt, um die Lastspitze abzufangen, dann finden wir den richtigen Kandidaten, um praktisch diesen Engpass zu lösen. Ist es das, was man so gemeinhin auch als Headhunter bezeichnet? Passt das heute noch? Das passt heute noch, ja, Headhunter, hört sich auch schon ein bisschen kriminell an, sagen wir so, ist es aber nicht. Das ist ja ein ganz sprachlicher Begriff. Ja, aktuell ist es im Recruiting-Bereich, klassisch der Recruiter. Ja, das ist aktuell der Wort. Das heißt, ihr kämpft gegen den Fachkräftemangel und helft auch dabei. Wie schwer ist es, gute Leute zu finden für dich, für euch? Es ist relativ, also wir arbeiten mit unserem Netzwerk zusammen. Sprich, über Jahre hat man sich halt sein eigenes Netzwerk aufgebaut. Dementsprechend haben wir das Problem, gute Leute nicht allzu schwer zu finden. Es ist eine Herausforderung, je nach Vakanz ist es speziell, diese Vakanz zu finden, diesen bestimmten Kandidaten. Bis jetzt, toi toi toi, hat es immer geklappt. Also, das heißt, also eure Abschlussquote ist dem, wenn ihr sagt, das herzummehr klappt, offensichtlich ganz gut. Ja, von der Abschlussquote her, ja, können wir uns nicht beklagen. Also, die ist sehr gut. Klar, mal passt der Kandidat nicht, dann geht er halt vor der Probezeit, aber dementsprechend besetzen wir dann auch gerne nach. Das ist alles eine Absprache mit unseren Partnern. Also, ich sag zu den Kunden, wir sind auf Augenhöhe, wir sind unsere Partner, wir sind Dienstleister, aber auf Augenhöhe. Also, Michael Hannes, der zweite Geschäftsführer, was macht ihr noch außer Interimsmanagement bei Aranto? Ja, wir machen im Endeffekt die klassische Festvermittlung. Heißt, wie derzeit schon gesagt hat, wir gehen auf große Firmen zu, Firmen kommen auf uns zu, manchmal kommen auch die Mitarbeiter schon auf uns zu, die wir schon mal vermittelt haben oder die von uns gehört haben. Und dann nehmen wir im Endeffekt entweder den Job auf oder den Mitarbeiter auf und dann wird er vermittelt. Okay. Also, die ganz klassische Festvermittlung, wie man den Headhunter so früher beschrieben hat. Genau. Jetzt habt ihr gerade eben schon bei der Vorstellung gesagt, die Bereiche, weil ich glaube, man kann das nicht in allen Bereichen gleichzeitig abdecken, oder? Nein, also wir im Endeffekt sind im Bereich IT und im Bereich Finance, wo sich aber auch bei uns im Bereich Finance immer mehr so es entwickelt hat, dass wir so in den Executive Search gehen. Was heißt das? Ab einer gewissen Gehaltsstufe. Also, die Firmen heute sind natürlich auch auf ihr Budget ein bisschen getränkt und wir wollen ja auch irgendwo gezahlt werden. Wir leben nicht ganz von Luft und Liebe. Und viele große Firmen sagen dann, okay, in dem Bereich Fachkräfte, im Bereich mittleren Management finden wir die Leute selber im Finance-Bereich. Aber ab einer Bereichsleiterebene, ab einer unteren Vorstandsebene und aufwärts, da wollen wir den Profi sehen. Okay. Und wie kriegt man das hin? Also, ich meine, die suchen ja auch, die sind ja auch keine dummen in den Personalabteilungen. Wo ist der Vorteil von euch? Was könnt ihr anders oder besser? Also, wir sehen gerade bei den Firmen und auch bei den modernen Firmen im Tech-Bereich, auch da ist eine Verschiebung drin, sind viele Personalabteilungen heute nicht mehr die Personalabteilungen, die sie früher mehr waren. Also, früher war man wirklich so, da hat man eine Stelle aufgegeben und dann wurde der Mitarbeiter gesucht und eingestellt. So, die klassische Anzeige in der Frankfurter Rundenschau und in der FAZ, was man früher so hatte. Das ist heute nicht mehr der Fall. Viele große Firmen sagen, wir wollen die Mitarbeiter halten, uns ist es wichtig, dass die Mitarbeiter bei uns bleiben und deswegen werden wir unsere Personalabteilungen so führen und so ansetzen, dass diese die Mitarbeiter betreuen, Wellness für die Mitarbeiter betreiben, dass die Mitarbeiter sich weiterbilden können, aber von dieser Riesenlast, Personal zu suchen, ob es auch passt, ob es nicht passt, will man die Leute ein bisschen in den internen Abteilungen zurückgeben. Und deswegen geht man auf den Externen hinaus und das sind wir dann. Wir haben da unser Netzwerk, wir haben unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, genau. Und ihr seid im Prinzip zwar Frankfurt-based, aber nicht nur. Erzähl mal ein bisschen was zu euch, wo kommt ihr her, also die Firma und ihr selber? Also wir sind ja beides gebürtige Frankfurter, das kann man so sagen. Ich lebe auch mit meiner Familie noch hier. Ich habe drei Kinder, wir leben in Bad Soden am Taunus und meinen Komponenten seit, den hat es ja der Liebe wegen mal nach Düsseldorf verzogen. Was? Wie konnte das denn passieren sein? Das ist eine gute Frage. Von Frankfurt weg. Ja, von Frankfurt weg war ein schwerer Schritt, weil, ja, ich liebe meine Stadt. Es ist immer noch meine Stadt, ich bin auch immer gerne wieder in Frankfurt. Ja, aber der Liebe halber und ja, ich habe einen Sohn und ich habe Düsseldorf verschlagen. Naja, lange Rede dummer Unsinn, aber war jetzt auch nicht der falsche Weg. Ich bin immer wieder in Frankfurt, Düsseldorf ist auch eine schöne Stadt. Von daher, wir haben unsere Hauptinterlassung in Düsseldorf. Und jetzt im Sommer werden wir auch noch in Eschborn, also der Michael ist hier aus Frankfurt. Und da werden wir jetzt in Frankfurt auch noch ein Büro eröffnen. Aktuell sind wir fünf Mitarbeiter, mit uns zwei zusammengezählt. Ja, sonst vielleicht eine ganz kurze Sache noch. Wir hatten ja, ihr habt ja kurz gesprochen über, wenn wir die Stellen besetzen. Chef on Air. Chef on Air heute mit Aranto Consulting, die beiden Geschäftsführer in der Haus. Und seit du hast gerade eben schon anfangen wollen, musste ich dich kurz einbremsen. Weil, was du erzählen wolltest, war, wie ihr arbeitet. Michael hat ja gerade erklärt, so ein bisschen die Personalabteilung von früher, die gibt es nicht mehr so richtig. Also zumindest nicht bei jeder Firma. Und auch ihr als, ich sage es einfach mal nochmal, Headhunter, als die Spezialisten für spezielle Köpfe. Auch ihr habt eine spezielle Herangehensweise, nämlich welche? Richtig. Also wir arbeiten generell, also früher war es ja klassisch, man hat eine Stelle geschaltet, haben sich Herrschaften darauf gemeldet, die haben sich beworben. Bei uns, wenn wir die Stelle von unserem Kunden bekommen, arbeiten wir generell erstmal mit unseren Listen, die wir schon haben, mit unserem eigenen Netzwerk. Wo wir wissen, dass dieser Kandidat offen wäre für Gespräche. Sprich offen, alle unsere Kandidaten sind in Lohn und Brot. Heißt, sie sind Angestellte, würden aber unter anderen Aspekten wechseln. Ist das immer nur Geld heutzutage? Nein, Geld ist eigentlich bei den meisten sekundär. Es geht eher um die Life-Work-Balance. Was bietet das Unternehmen den Mitarbeitern? Wie sieht die Perspektive aus langfristig, sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren, gibt es da Aufstiegsmöglichkeiten? Das sind eigentlich so die Key Facts, die die Kandidaten am meisten legen. Klar, das Monetäre kommt am Ende dann auch noch mit, spielt eine Rolle, aber das ist am Ende eigentlich. Das heißt also, Geld in der Hierarchie jetzt bei euren Stellen, wir haben von Michael gerade gehört, ihr seid eher im gehobenen Segment tätig. Da ist dann Geld nicht mehr alles. Was macht so ein Arbeitgeber sexy, außer noch weiterer Aufstieg? Also eventuell die nächste Führungsposition ergattern oder ähnliches. Was ist heute nice to have? Also das Hybrid-Modell hat sich bis jetzt auch immer klassisch ganz gut verkauft. Seit Corona haben wir ja gemerkt, Remote-Arbeiten ist doch möglich. Man muss nicht immer im Büro sein. Sprich, das wird auch beibehalten. Viele unserer Kandidaten bzw. Arbeiter bei den Unternehmen sind noch im Homeoffice. Aber das Hybrid-Modell, drei Tage vor Ort, zwei Tage Homeoffice, hat sich bewährt und das ist eigentlich das, was die meisten auch jetzt möchten. Das heißt also, wenn einer jetzt fünf Tage irgendwo in irgendeinem Büro arbeitet und der Nächste kommt, ihr kommt dann nur mit einer Stelle um die Ecke. Pass auf, Kollege, ich habe hier was, da kannst du auch zwei Tage Remote arbeiten. Sowas kann einen Unterschied ausmachen? Doch, definitiv, ja, ja. Okay. Das ist interessant, ja. Michael, wir haben gerade eben schon gehört, fünf Leute seid ihr und ihr wollt auch irgendwie in Eschborn irgendwie euch erweitern. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Genau, also wir sind ja im Endeffekt jetzt im dritten Jahr, haben in Düsseldorf mit Seid zusammen noch zwei bzw. drei Recruiter sitzen. Eine ist davon noch im Junior-Level, zwei sind erfahren. Seid würde ich auch als erfahren mal hinstellen. Spaß beiseite. Ja, nee, wir wollen im Endeffekt versuchen zu expandieren. Wir merken einfach die Nachfrage, die wir momentan haben, die ist einfach da. Wir haben zwei Partnerunternehmen, mit denen wir noch zusammenarbeiten. Da können wir jetzt noch nicht ganz so viel zu sagen, aber da wird sich noch ein bisschen mehr tun. Wir sind beruflich nächste Woche auch in Berlin diesbezüglich und deswegen ist die logische Konsequenz einfach ein weiteres Büro noch eröffnen. Da ist Eschborn so ein bisschen momentan im Gespräch einfach die Nähe zu Frankfurt, aber es ist trotzdem auch praktischer für mich zu erreichen. Man ist schneller da und man muss auch immer so ein bisschen die Kosten im Hintergrund halten, da ist es auch ein bisschen interessant. Und die Gewerbesteuer in Eschborn ist auch ein bisschen weniger wie die in Frankfurt. Ich habe das gehört, ich habe ja auch schon den Bürgermeister hier immer auch bei Chef und er zu Gast gehabt, der hat davon auch erzählt. Insofern, die Stammhörer wissen das. Macht ihr dann auch, wenn ihr euch erweitern wollt, so als Ausbildungsbetrieb sozusagen auch da eine kleine Erweiterung oder wie sieht es damit aus? Ja, also es ist auf jeden Fall geplant. Ich habe meinen Ausbildereignungsschein seit, überrede ich die ganze Zeit, dass er ihn machen soll, aber er wird ihn auch machen, ansonsten muss ich ihn zu IHK nach Düsseldorf hin prügeln, aber das kriegen wir hin. Ja, es ist geplant. Wir wollen ein bisschen auch Nachhaltigkeit geben, wir wollen ein bisschen auch in die Zukunft investieren und da sind Azubis eigentlich der richtige Weg. Also insofern, da ist er auch auf Erweiterung. Wenn man jetzt bei euch mitmachen will, wenn man sagt, das sind zwei coole Kerle, die da eigentlich einen ganz guten Job machen, hört sich zumindest so an, kann man auch bei euch selbst, also nicht in der Ausbildung, sondern mit euch mitarbeiten? Na klar, logisch. Die Möglichkeit ist gegeben. Was muss man mitbringen? Man sollte im Endeffekt, im Vertrieb sollte man schon ganz gut aufgestellt sein, man sollte ein paar Kontakte haben und man darf für alles noch nicht schüchtern sein. Chef on Air. Chef on Air heute mit Aranto Consulting, die beiden Geschäftsführer sind da. Michael, da gerade eben dann Zeit, reden wir mal über euch beide. Also ihr habt ja eine gewisse Expertise, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen in Anführungszeichen. Wie wird man Headhunter? Wie bist du es geworden? Erzähl mal ein bisschen was von dir. Also, ich bin Quereinsteiger, sagen wir es mal so, um auszuholen. Du hast eine Ausbildung gemacht zum Bürokaufmann. Dann habe ich lange Zeit im Sales-Bereich gearbeitet, im Promotion-Segment. Und dann war ich im Immobilienbereich tätig. Das ging über vier, fünf Jahre. Und dann wurde ich abgeworben. Dann wurde ich abgeworben klassisch. Also auch von einem Headhunter zu einem Headhunter. Um im Sales-Bereich mitzuwirken. Das klang für mich ganz spannend, interessant. In der Vergangenheit hatte ich natürlich keine Berührungspunkte, keine Schnittstellen zum Recruiting-Bereich. Und schweige denn von IT. Ja, und mit dem Jahr hat man sich das so angeeignet. Und ja, das ist so der Weg, wo ich herkomme. Mittlerweile seit zwölf, dreizehn Jahren Berufserfahrung in dem Bereich. Und ich würde schon sagen, da hat man sich ein paar Skills angeeignet. Das heißt also, du bist selbst Quereinsteiger. Ist das auch so? Wir haben ja gerade auch schon gesprochen darüber, Michael gefragt, kann man bei euch mitarbeiten? Ja. Also auch ein Quereinsteiger wäre bei euch kein No-Go? Nein, definitiv nicht. Also Quereinsteiger sind auch herzlich willkommen. Weil die noch nicht so verbrannt sind von der Branche, sagen wir es mal so. Dementsprechend kann man denen das noch anders erklären, so wie es mir beigebracht wurde. Und ja. Michael hat gerade gesagt, also nicht auf den Mund gefallen sein. Klar, was muss man noch mitbringen, wenn man jetzt sagt, okay, Aranto-Consulting, coole Chefs, scheint eine coole Firma zu sein, gucke ich mir mal an? Ja, definitiv. Also nicht auf den Mund gefallen, ja. Eine nette Stimme, Telefonstimme wäre nicht verkehrt. Weil natürlich merkt ja auch derjenige, mit dem man spricht, wie ist die Laune von dem Gegenüber. Also geht klassisch auch noch viel übers Telefon tatsächlich. Ja, ja, klassisch viel übers Telefon, über Teams natürlich auch, aber das meiste läuft übers Telefon ab. Von daher sollte man sich auch ausdrücken können und den Rest bringen wir den Herrschaften bei. Das ist alles kein Problem. Okay. Michael, Alter von bis, ist das jetzt eher was für die Jungen oder Junggebliebenen? Wer wäre geeignet, um bei euch mitzumachen? Also das kann man gar nicht pauschalisieren. Ich glaube, eine gewisse Lebenserfahrung sollte man, glaube ich, haben, weil, wie es schon gesagt hat, man ist viel am Telefon tätig. Und so ganz cool hinter den Ohren sollte man nicht sein. Also ich würde mal sagen, so ab 25. Aber wir haben auch Mitarbeiter, die auf die 50 jetzt zugehen. Also das ist gar kein Thema. Und wir haben ein Partnerunternehmen, mit dem wir viel zusammenarbeiten. Die sitzen in Berlin. Da ist einer dabei, der ist Mitte 60 und macht das immer noch gerne und der geht auch nicht in Rente. Also deswegen, vom Alter her ist keine Grenze gesetzt. Früher, ich habe auch mal eine Bankausbildung gemacht, da waren auch damals noch Headhunter mit im Gespräch häufig. Da war das so ein Job, wo man irgendwie gefühlt immer am Job ist. Also quasi rund um die Uhr arbeitet. Also viel arbeitet auch. Ist das bei euch immer noch so? Ja, das ist immer noch so. Also klar, in meinem Bereich, ich bin ja mehr dafür, da die Kunden zu akquirieren seid und sein Team ist dann dafür da, den Job zu besetzen. Aber na klar, also das Telefon steht nie still. Das ist wirklich diese 24-7-Mentalität. Es ist der klassische Dienstleistungsberuf. Es ist einfach so. Man kann viel von zu Hause machen. Ja, wir haben auch schon im ICE oder auch schon im Auto Jobs geplaced. Also das ist gar kein Thema, aber die Bereitschaft muss einfach immer permanent da sein. Also dieses klassische 9-to-5, was man jetzt also bei diesen Streiks ja auch bei den, gut, Lokführer, der muss natürlich im Führerstand stehen und dann wieder irgendwann Pause machen. Klar, aber 9-to-5 im weitesten Sinne geht bei euch quasi eigentlich nicht. Nein, in dem Fall nicht. Klar, wir erreichen die meisten unserer Ansprechpartner in den Firmen in der Regel in den Bereichen. Aber nicht 9-to-5, das ist meistens so 8-to-6. Aber gerade auf der anderen Seite, um die Leute auch zu überzeugen, die Leute. Wir müssen ja mit den Leuten telefonieren, wenn die nicht auf der Arbeit sind. Also wenn jemand einen neuen Job möchte, dann geht der ja nicht auf der Arbeit ans Telefon und sagt, vermittelt mir mal was. Den müssen wir ja abends dann erreichen. Die ist jetzt nicht wie an der Börse. Nein, das nicht. Grüße gehen raus. Nein, wir müssen schon abends und nachmittags geht bei uns dann das Telefonieren los, das Anschreiben los. Und das geht auch ans Wochenende mal. Also das ist auch dann, dass man sich am Wochenende mal auf einen Kaffee in irgendeiner Hotelbad trifft oder von mir aus auf ein Fußballspiel trifft und dann mit den Kandidaten einfach redet und sagt, hier, ist der Job was für dich? Wenn ja, dann mach mir deinen Lebenslauf fertig. Also es ist mehr auch eine Berufung wie ein Beruf, würde ich sagen. Aber wenn man da dabei ist, ist es dann wenigstens so, dass dann mehr Arbeit auch ein bisschen mehr mit Erfolg, auch monetär, also kann man bei euch wenigstens gut verdienen für die viele Arbeit? Ja, also ich denke, wir haben ein gutes Provisionsmittel. Also natürlich arbeiten wir auch erfolgsorientiert, 100 Prozent auf Erfolgsbasis. Und dementsprechend unsere Mitarbeiter bekommen natürlich ein Fixum, aber unsere Provision ist halt, ich würde mal sagen, überdurchschnittlich, was die anderen Recruiting-Firmen zahlen. Chef von Air heute mit Aranto Consulting. Wir haben ja schon ein bisschen was über euch gehört als Firma. Jetzt möchten wir natürlich auch euch als menschenmäßig kennenlernen. Michael, fangen wir mit dir an. Michael, du hast vorhin erzählt, du wohnst hier in der Nähe Bad Soden. Was bist du für ein Typ? Also als Geschäftsführer erst mal, was bist du für ein Chef? Boah, das ist schwierig. Also ich würde, glaube ich, mich eher so als den Arounder und auch als den, ja, als den, der alle zusammenhält. Also ich bin so ein Harmonie-Bolzener. Also was ich nie mag, ist Streitigkeit, ist Theater, sowohl im geschäftlichen als auch im privaten Bereich. Also mir ist immer ganz, ganz wichtig, dass Ruhe ist, dass man in Ruhe arbeiten kann, dass zu Hause im Endeffekt eine gewisse Ruhe da ist. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Ich kann es auch nicht haben, wenn man irgendwie mit Streit ins Bett geht. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Wobei, Zuhause und Ruhe ist, glaube ich, du hast ja mal vorhin erwähnt, Familie. Ist da so viel Ruhe bei dir zu Hause? Wie viel Familie hast du? Also ja, wir leben zu Hause mit, ja, mit drei Kindern, Au-pair und meiner Frau. Also ja, da ist immer schon Spaß, Spaß und Remi Demi angesagt, ja. Wie alt sind die Kids? Unser Großer ist sieben, der ist in die Schule gekommen jetzt im August letzten Jahres, September besser gesagt, unser Mittlerer wird jetzt fünf, im Mai unsere Kleines drei. Wow, da ist natürlich Spaß angesagt. Da ist Spaß angesagt und Turbulenz, klar, dass du dann auch ein bisschen Ruhe haben willst. Hast du noch Zeit für Hobbys nebenbei? Also Familie ist ja dann quasi auf jeden Fall sozusagen Hobby. Hast du noch Zeit für was anderes außer Arbeit und die große Familie, die du hast? Ja, so ein bisschen runterkommen muss man, ja. Also ich habe jetzt wieder mit dem Laufen angefangen, wobei da hat mich meine Frau mehr so zugezerrt. Wir kriegen es wieder am Wochenende hin, einmal miteinander joggen zu gehen. Ansonsten, ja, versuche ich mich wieder mal aufs Rennrad zu setzen und am Wochenende einfach mal mit dem Junior das Dach auf dem Kapgel durch den Taunusz zu fahren. Das ist auch ganz schön. Autofahren ist, glaube ich, auch so eine Leidenschaft von dir? Ja, ich bin da sehr autoaffin. Das ist so ein bisschen familiär auch gegeben von meiner väterlichen Seite her. Und ich mag schnelle Autos, ja. Wie viele Punkte hast du? Momentan einen, einen habe ich. Einen, ja. Das heißt, du hast den Tacho zumindest im Blick, das ist gut. Genau. Wenn du dich in fünf Jahren siehst, wo siehst du dich und Aranto? Wow, also am liebsten natürlich, am liebsten natürlich irgendwo am Strand. Ich bin so ein bisschen Nordsee und Syltafil, am liebsten da irgendwo am Strand und der Rest läuft einfach von selbst. Aber nein, das wird natürlich nicht passieren. Ich glaube, oder ich hoffe, dass wir im Endeffekt dann unser Büro in Eschborn am Laufen haben, dass Düsseldorf floriert. Da bin ich eigentlich schon happy. Das klingt doch ganz gut. Fragen wir mal beim Seid nach, wer der Kerl ist, in Düsseldorf-based. Aber wer jetzt auch in Düsseldorf, aber du bist ja auch häufig genug in Frankfurt. Was bist du für ein Cheftyp erstmal? Oh, schwierig. Schwieriger Typ? Also in der Vergangenheit wurde mir gesagt, oh, du als Chef, das ist schon eine Herausforderung. Klar, natürlich, ich... Anspruchsvoll? Ja, ich bin schon anspruchsvoll. Ich fordere auch Sachen, die ich natürlich auch erfüllen muss. Aber auch den, das habe ich natürlich, das Anliegen habe ich auch an meine Mitarbeiter. Also ich möchte, dass die natürlich erfolgreich sind. Dementsprechend, wie sagt man, so ein Zuckerpeitsche Brot. Nein, so schlimm ist es jetzt nicht. Also ich tue alles für meine Mitarbeiter. Ich versuche, die überall zu unterstützen. Und dass sie auch den Erfolg spüren. Weil das ist ganz wichtig, gerade im Vertrieb. Sonst denke ich, mit mir kann man über alles reden. Ich bin auch ein Kumpel, Chef, sagen wir es mal so. Ich bin für jeden immer wieder immer erreichbar. Also bei mir wird das Telefon nicht vor 23 Uhr abgeschaltet. Dann geht der erst in den Nichtstören-Modus. Und dann, also du bist auch einer, den man ansprechen kann und nicht einer der irgendwie abgehobenen Chefs. Nein, definitiv nicht. Nein, das gibt es bei uns auch generell nicht. Also wir sind alle auf Augenhöhe. Und ja, so ein familiäres Umfeld halt. Was für ein familiäres Umfeld? Also so groß wie bei Michael, oder? Nein, so groß bin ich jetzt nicht. Nee, ich habe einen Sohn. Der ist neun Jahre alt. Trendlebend. Der Kleine ist ja alle zwei Wochen immer bei mir. Unter der Woche auch. Gehe halt mit ihm auch zum Sport. Er macht jetzt auch gerade Muay Thai-Unterricht. Das gefällt ihm ganz gut. Und ja, Schauspiel-Unterricht. Und du? Ja, ich versuche so ein bisschen mit ihm mitzutrainieren. Mitzuhalten. Ja, mitzuhalten. Nach meinem Aufenthalt in Thailand dieses Jahr habe ich das so ein bisschen mitgemacht. Fand ich ganz interessant. So ein guter Ausgleich. Und ja, wird weiterverfolgt. Also insofern, auch da, glaube ich, ist Sympathie auch bei der Firma Aranto ein Thema. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte entweder über Aranto als Arbeitgeber oder über euch zum Vermitteln mehr Erfahrung bekommen. Der Klassiker die Webseite, oder? Gerne auf unserer Homepage oder bei Instagram. Oder einfach uns klassisch anschreiben an die Info at aranto-consulting.de. Und da gibt es auch innerhalb von ein paar Stunden oder am nächsten Tag eine Antwort von uns. Oder einen Anruf. Das heißt also, Social Media-mäßig seid ihr auch präsent und man kann auch auf moderne Art und Weise mit euch kommunizieren, wenn man denn mag. Ja, definitiv. Wo siehst du euch in fünf Jahren? Ja, wie der Michael es gesagt hat. Also ich bin auch happy, wenn Frankfurt und Düsseldorf läuft. Und klar, wäre schön natürlich, wenn man sich dann zur Ruhe setzen könnte. Aber das gibt es bei uns sowieso nicht. Könntest du ruhig sein? Nein, also ich bin auch eigentlich so ein HB-Männchen. Von daher, ich muss immer was machen, weil sonst würde mir langweilig werden. Und das ist, denke ich, meine Berufung. Ich liebe Personalvermittlung. Ich liebe das, was ich tue. Und das jeden Tag aufs Neue. Wann ist das ein schönes Schlusswort? Und ich wünsche dir seit Ben Arar und Michael Hannes dir auch, als den beiden Geschäftsführern von Aranto, ganz viel Erfolg. Danke für euren Besuch. Danke dir. Wer sich dann mit den beiden mehr unterhalten möchte, bitte gerne Social Media, Instagram, wie wir es gerade gehört haben. Oder einfach den Kontakt suchen über die üblichen Wege, Webseite der Klassiker. Viel Glück euch beiden. Danke. Dankeschön.